Ja, liebe Freunde der Ekerländer 6, wir sind hier heute Abend zum ersten Mal wieder im Studio für die Gesangsaufnahmen. Die Orchesteraufnahmen sind schon gespielt. Und der Christian, meine Wenigkeit und der Ingo, der jetzt gerade filmt, wir haben einen Titel eingesungen, jetzt dreistimmig. Genieß dein Leben jeden Tag. Genieß dein Leben jeden Tag, denn es kommt so, wie es kommen mag. Mit frischem Schwung und Fröhlichkeit ist auch die schöne Zeit nicht weit. Wenn die Sonne für uns lacht, neuer Lebensmut in uns erwacht. Drum seid zur Freude stets bereit, dann kommt das Glück zu jeder Zeit. Ja, die neue Idee ist natürlich dann irgendwann auch erhältlich. Wir planen aktuell im März in Zusammenarbeit wieder mit unserer Firma Tirolis, diesen Tonträger fertig zu haben. Und da freuen wir uns schon, wenn die neue CD fertig ist. Und ja, zu unserem Jubiläum in 10 Jahren Vollgas weist ihr nämlich dann auch die neue CD. Und ja, immer wieder schön, diese Aufnahmen zu machen. Bei Bestand macht wahnsinnig viel Spaß. Und hört einfach nochmal rein. Genieß dein Leben jeden Tag. Okay, viel Spaß! TgefYAN! Tункzen dir podía quell! T country